Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Battlefield Play for free So, nochmal zu sicher gehen, Mikrofon ist an, so Gut, weil ich hatte das schon mal, dass das nicht ging Und das war einfach nur scheiße Das waren nämlich die Let's Battle Season 2, aber, ne, 3, keine Ahnung Weil ich jetzt nicht auf jeden Fall die ganzen Aufnahmen richtig verkackt Naja, was soll ich machen? So Ähm, wenn ich versagen werde, in irgendeiner Weise, ich hab das Spiel minimiert Ja, deshalb wahrscheinlich Ich denke, ich werd übelst krass verkacken Ich versuch mein Bestes Und wenn auf einmal das Internet abbricht Und ich auch die Aufnahme beenden werde, natürlich dann Dann ist das halt so hart gepäsch gehabt So, ich werd jetzt einfach mal lauter reden, ist mir scheißegal Manche haben mir gesagt, ich soll lauter reden, manche sagen, ich soll leiser reden Ist mir jetzt scheißegal Hauptsache, hm Oh,hovah Ja, die auf so blöden Namen einfach kommen, ich find das bekommen harte, ja, toll gewauth foam Egal, da häng ich einfach so eine kleine Folge dran. Scheiß drauf. Ich muss mal kurz auf die Zeit gucken, damit ich nachher nicht übertreibe. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ja, ich war richtig schlecht. Oh, wie das scheiße ist. Das sind auch die Nachteile beim Minimiren. Naja, hab's auch aufgenommen. Oh, ein bisschen wie die Internetstörungen. War mal scheiße. So. Hier, ich hab den Geilskin. Ah, ich muss mir mal das Auto holen. So. Jetzt muss scheißegal. So, dann geh ich nach C. Bam, 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 bam. Oh, das ist ja schon mal richtig geil, ne? Weil C geht's ja schon mal richtig geil. So. Ist denn noch keiner? What the fuck? Worauf schießen die? Gegner? Oh, wo wurde ich angeschossen? Boah. What the fuck? Ich hab den nicht mal gesehen. Ich hab den nicht mal gesehen. Aha. Hm? Camper. Bei dem ersten Schuss muss ich tot sein, wenn ich schon so blöd da oben kämpfe. Egal, ich weiß, wer der ist. Und dann sag ich mich jetzt oben. Weg. Na? Scheiße. Prozent er hat dann wenigstens ein guter Schuss so schmutzendliche Aufwärmten aufnehmen so mit dem Schuss abfahrt was soll man schon schütze ein ich bin ich gehe mal nach dem so nix am Nostar da ich hab schon nach der Schaffung laufen die Ecke geht es ein Gegner ich schieße auf ihn und er ist tot what the fuck oh ey ich bin mal wieder richtig am verkacken einkill was ist das naja bestes Sniper aus unserem Team ich bin schlechter als sonst was komm du willst nochmal gucken ich weiß du willst scheiße Maaf hat sich nur ein Leben ist klar ich hoffe es ist eine gute Aufnahme wünscht es einfach Pech ich hoffe ich verstehe ich will um 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 so was ist von wo schon wieder um die die Kanone ah da diesmal hast du mein Armarsch diesmal nicht St Rundfelsitz mich nicht abfangen Verbindungsprobleme So Ich glaube ich gehe da oben mal campen wegen dem Snipern Ich glaube das beeinflusst Sieh es jünglich So erstmal gucken ob da geht alles Ich hätte sich hier nicht werfen sollen Da oben habe ich einen gesehen Das weiß ich doch schon mal Die Huren Ich hasse Camper Obwohl ich manchmal selber einer bin Naja Ist halt so Wo Am Arsch Oh ey In In Söhne Ich habe In 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 Prozent die Türen müssen scheiß Ding mit Klamour okay wenn wir mich nicht nicht verstehen nicht so gut dann ist er daran wegen dem neuen Headset ich weiß gar nicht, wie lange spiel ich schon scheiße, aber ich spiel jetzt diese Runde zu Ende wenn er zu lange ist, hab ich Pech gehabt werdet ihr diese Folge nicht sehen oh, müsste das schon wieder ein so ein mega lula König, ey boah, ihr Huren, ey, ich hasse euch merkt euch das oder auch einer oh what's up Punkt, kann ich nicht sagen oh, Internet doch, wenn wir das eigentlich gut um das Spiel, also die Aufnahme zu beenden hallo okay das ist eigentlich gut, dann beende ich hier die Aufnahme auch egal, wird es eine kurze Aufnahme bis zum nächsten Mal bei Let's Play, Let's Play, Let's Play, Let's Play, Let's Play, tschüss um so nix man tschüss tschüss dann kommt, dann wird man, wir uns strach lah, wie immer mehr